Noch schwieriger als eine Top-Spionin zu sein, ist es genau das, vor den eigenen Kindern Ich hab noch eine wichtige Mission. Ich meine, ähm, Erledigung. geheim zu halten. Sie verheimlicht uns etwas. Wir sind in eine Falle getrapt. Was sind denn das für Kerle? Begeben Sie sich jetzt in den Panikraum. Hallo Kinder, ich bin eine Spionin. Das ist doch wohl ein Scherz. Das ist das Ganze gar nicht. Der Hund kann reden. Komm, schlag ein. Wachmodus oder Angriffsmodus? Lass es besser im Wachmodus. Und weil... Ich eraube euch und der ganzen Welt... die Zeit. ...die Welt jetzt gerettet werden muss. Das ist die Abteilung der Spy Kids. Wow. ...liegt die Macht... Wo sind die Kinder? Schon im Bett. ...in ihren Händen. Wo sind sie wirklich? 2012. Gibt es Action. Und ein großes Abenteuer. Ich gotze gleich. Gut, aber dann in die Tüte, nicht auf mein Fenster. Und das nicht nur in 3D. Sondern in einer weiteren Dimension. 4D Aromascope. Im Kino... Was ist das für ein Geruch? ...mit eurer eigenen Aromascope-Karte. Feuer frei, Kids. Die Kids werden ausflippen, wenn sie das sehen. Spy Kids. Alle Zeit der Welt. Agonau, tu doch etwas! Angriffsmodus! Aktiviert. Das macht so einen Spaß. Demnächst im Kino. In 4D. als Geist. Vielen Dank.